Birchmeier, the best you can get. Ja, liebe Otto-Freunde, was läuft ab im Bauerhausi heute Mittwochmorgen? Ich werde da meine Rosen, Rosen, Pfingstrosen, Lilien spritzen mit einem Insektizid und Fungizid. Und zum Spritzen haben wir hier eine Birchmeier Rückenspritze mit Akku, also elektrischer Motor ist wunderbar, das kann ich nur weiterempfehlen. Hier die Rosen. Und jetzt noch die Lilien. Und zusätzlich ist da noch auf die Spritze. 50 Milliliter Flüssigdünger gebe ich da immer mit dazu. Das mögen die Pflanzen gerne. Ein bisschen Flüssigdünger. Hört ihr den Motor der Spritze? Das ist also eine ganz praktische Sache. Da spritzt man schnell mal 15 Liter ohne grosse Anstrengung. Birchmeier, the best you can get. Wurzeln. Das ist auch ein bisschen in der Karte.